Als ich vor zwei Jahren mit dem Job angefangen habe, hatte ich schon große Probleme mit Leuten, die unsere Arbeit einfach nicht wertschätzen. Aber das habe ich mittlerweile mit mir selbst ins Reine gebracht, indem ich grundsätzlich jedem sage und wenn dann ein nettes zurückkommt, motiviert mich das. Morgen! Und wenn nicht, versuche ich es beim nächsten Mal wieder. Ohne Teamwork wäre unsere Arbeit undenkbar. Niemand ist besser als der andere, aber jeder hat andere Stärken. Sarah, Sebastian, Benni und ich, wir sind einfach ein cooles Team. Immer wenn wir zusammen unsere Tour machen, dann haben wir richtig Spaß bei der Arbeit. Obwohl ich jeden Morgen aus Siersburg herkomme, sehe ich Saarbrücken auch als meine Stadt an. Und sie bereitet mir auch immer wieder kleine Freuden. Und am Ende freue ich mich dann immer aufs Neue, wenn meine Stadt sauber wieder zum Leben erwacht. Und am Ende freue ich mich dann immer aufs Neue, wenn meine Stadt sauber wieder zum Leben erwacht. Abonnert, sind ja gemacht, wenn icharam nicht ruhigetiere. zu spät. Untertitelung des ZDF, 2020